. Ich dritte die Nummer. Normalerweise erinnern wir sie da oben. Haben wir Decken? Die sind sicher untergekühlt. Da ist er da. Ja, der ist ja auch schon fertig. Ja. Das ist jetzt nur ein kompletter Schöp, dadurch, dass es eben durch den Stress kommt, um zu klimmen, weil es kein Land unterkommt. Also, ich muss stoppen. Ich stehe schon drinnen, schau. Das wird sich da hier legen, regenerieren und dann warten Sie.